So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go. Wir sind schon wieder zurück. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr zum Einkaufen. Ich kann keine Challenge mehr machen, kein Gewinnspiel, kein Stream, kein gar nichts. Es ist schon wieder ein Artikel erschienen, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist. Deswegen möchte ich auch darüber berichten oder mit euch reden. Eure Meinung auf jeden Fall dazu einholen. Erste Entfernung der Corona-Boni bei Niantic. Ich habe schon öfters was gelesen, dass Niantic angefragt wurde, wie das nun aussieht, wie lange die Corona-Boni noch bleiben, wann die abgeschafft werden, ob die abgeschwächt werden, ob da sonst was ist hin und her. Sie haben sie noch nicht wirklich dazu geäußert, keine Ahnung. Aber jetzt wurde ein Schritt eingeleitet, der betrifft zwar erstmal nur Ingress, aber es wird wohl auch bei Pokemon Go sich dann wieder einiges verändern. Das war eigentlich abzusehen, dass das nicht für immer bleibt. Manches muss aber bleiben. Das geht gar nicht, dass sie das wieder rausnehmen. Was ist jetzt davon aber wichtig, was ist nicht wichtig und um was geht es überhaupt? Was ist passiert? Erste Entfernung der Corona-Boni bei Niantic. Corona-Boni bald vorbei? Mit der Pandemie hat Niantic diverse Änderungen in allen Spielen vorgenommen. Nun sollen die ersten Corona-Boni in Ingress jedoch abgeschafft werden. Was in Ingress da passiert, ich kenne mich mit Ingress wie gesagt nicht aus. Ich kann auch nicht den Hype um Ingress verstehen. Ich habe einmal Ingress-Account gemacht, mich angemeldet. Ich bin sofort depressiv geworden, weil alles so dunkel und düster aussieht. Es gibt nur zwei verschiedene Farben. Und ihr macht doch eigentlich immer nur das Gleiche. Deswegen, ich habe keine Ahnung, warum Ingress so beliebt ist und so heftig. Bei Pokémon Go gibt es so viele Sachen, die ihr machen könnt. Und so viele Arten und Weisen, wie ihr das Spiel spielen könnt. Aber die Leute sagen immer, Pokémon Go ist kacke. Ingress ist die Macht. Ingress ist einfach heftig. Pokémon Go kommt niemals da ran. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, was findet ihr denn besser? Ingress oder Pokémon Go? Spielt ihr beides? Die meisten, die hier sind, spielen ja Pokémon Go. Aber spielt ihr auch Ingress und findet ihr Ingress so heftig? Aber es soll jetzt hier nicht nur um Ingress gehen. Die wohl markantesten Änderungen in den Spielen von der Yannick hat sicherlich Pokémon Go erfahren. Fanrates, das Einladen von Freunden auf der ganzen Welt haben das Spielverhalten nachhaltig beeinflusst. Doch auch die diversen kleineren Corona-Boni, die eingeführt wurden, um das Spielen auch in Quarantäne oder mit begrenzter Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, haben sich bei den Spielern positiv ausgewirkt. Auswirkungen der Boni, gerade die fehlenden Anforderungen für die Go Battle League, haben es vielen Spielern ermöglicht, von zu Hause aus zu kämpfen und sich so die Zeit zu vertreiben. Auch für Streamer wirkt sich dieser Bonus besonders positiv aus, da alle Sätze des Tages live im Stream gespielt werden können. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe ja dann auch öfters mal die GBL gezockt, habe da eine Stunde aufgenommen, habe Kämpfe gemacht, Kämpfe gemacht. Wenn ihr jetzt da fünf macht und dann müsst ihr erst mal laufen, dann hat sich das erledigt mit dem Stream. Ich habe auch nie verstanden, warum man überhaupt laufen muss, um zu kämpfen. Was hat das denn für einen Zusammenhang? Ich meine, wenn man Eier ausbrüten will, dass man laufen muss, okay. Warum denn aber, wenn ich online gegen jemanden kämpfen will, muss ich vorher so und so viele Kilometer laufen, damit ich komplett außer Puste bin und wir nun mit halber Kraft kämpfen oder was? Ich verstehe es nicht. Wozu gibt es eine Laufanforderung in der Go Battle League? Wieso kann man nicht einfach kämpfen? Warum ist das begrenzt? Wieso kann man nicht einfach so viel kämpfen, wie man möchte? Das hat für mich noch nie Sinn ergeben. War gut, dass es wegen Corona abgeschalten war. Wenn das wieder zurückkommt, fände ich richtig kacke. Das ist was, das hätten sie überhaupt gar nicht machen sollen. Eine, naja. Dann die erhöhte Dauer des Rauchs, sowie die Erhöhung der Anzahl der Pokémon, die aus dem Rauch erscheinen, hat für viele Spieler dieses Item erst interessant gemacht. Das finde ich auch. Bisher war es nämlich immer so, wenn ich eine Box gekauft habe und da war Rauch drin, ich habe den Rauch direkt weggeschmissen. Und jetzt war es wirklich so, egal ob C-Day war und die Leute haben gechillt und haben ihren Rauch angemacht oder haben unterwegs ihren Rauch angemacht und haben nicht gechillt oder es war Go-Faced. Die Leute haben gechillt oder es war Spotlight-Stunde. Die Leute haben gechillt. Also, ich habe ja erst damit angefangen, die Spotlight-Stunden dann zu streamen, weil eben man mit Rauch effektiv die spielen konnte. Ich habe nie eine Spotlight-Stunde vorher wirklich gespielt. Ich konnte auch nicht. Ich hatte am Dienstag von 18 bis 20 Uhr immer Gruppentherapie. Durch Corona ist das dann immer ausgefallen. Jetzt habe ich schon lange keine Termine mehr gemacht, nicht mehr für Einzelgespräche. Das heißt, ich drehe bald durch. Aber irgendwann habe ich gedacht, hey, ist doch Spotlight-Stunde und ich habe doch Zeit. Habe die erste außerhalb der Therapie einfach hier gespielt und habe gedacht, wieso mache ich nicht eigentlich einen Livestream? Ich kann das doch auch übertragen, wenn ich sowieso zu Hause sitze und zocke das. Dann kann ich das doch auch als Stream zocken. Und ab dem Moment habe ich dann natürlich am Dienstag immer die Spotlight-Stunde gestreamt. Würde ich ja heute Abend auch machen bei Kleinstein. Spotlight-Stunde streamen. Was wohl nicht mehr dann so in dem Sinne möglich ist, wenn der Rauch wieder beschissen wird. Dann braucht ihr keinen Rauch mehr. Dann geht es wieder darum, draußen rumzurennen und dann werden wieder Lockmodule gezündet oder wie. Jetzt, wo ich keine mehr habe, weil ich jetzt alle Lockmodule immer weggeschmissen habe. Nein, ich meine, Sabrina macht es da richtig. Sabrina, die streamt von ihrem Handy aus. Bei der ist es dann egal, ob die jetzt, ob der Rauch effektiv ist oder ob sie rumläuft wegen den Pokestops. Sie ist ja eh eigentlich immer draußen. Ich fand das nur schön, hier zu sitzen, dass ich mich komplett auf den Chat konzentrieren kann. Dass ich in das Mikro sprechen kann. Ich könnte auch unterwegs streamen, aber dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel von euch mitkriegen, weil ich eben mit Spielen und Rumlaufen beschäftigt bin und dann habt ihr auch einfach wieder eine schlechte Tonqualität und alles. Deswegen hat es natürlich Spaß gemacht, den Rauch von zu Hause aus zu nutzen. Durch den doppelten Radius für Pokestops und Arenen können diese deutlich mehr Spieler von zu Hause aus erreichen oder zumindest die Abstände beim Spaziergang draußen einhalten. Also, hat natürlich auch Spaß gemacht, dass man mit von hier aus an zwei Stops und zwei Arenen kommt, aber ohne diesen doppelten Abstand komme ich immer noch an eine Arena und einen Stop. Wenn es schlecht läuft, nur an einen Stop. Das ist aber was. Jetzt würde ich da nicht unbedingt Wert drauf legen. Ich meine wirklich, wenn ich effektiv beim Seedate draußen bin von Stop zu Stop laufe, dann komme ich ja eh, dann laufe ich rum. Diese doppelte Distanz wäre was, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, da man trotzdem laufen soll und seine Umgebung erforschen, normal in Pokémon Go. Aber laufen zum Kämpfen in der GBL, das ist Quatsch. Rauch wieder als nutzloses Item zurückwerfen, das ist auch Quatsch. Die können den Rauch doch einfach lassen. Weil Rauch dadurch einfach auch mehr genutzt, mehr gekauft wird und Rauch dadurch wirklich, ja, einfach Sinn hat. Ohne hat das gar keinen Sinn. Entfernung der Corona-Boni bei Ingress, okay. Die haben also hier ein paar Sachen rausgenommen. Die Zerfallrate von Portalen geht auf 15% pro Tag zurück. Der Burnout wird wieder nach vier Hacks erreicht. Habe ich eh keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nein, mein Pikachu ist weg. Oh mein Gott, da ist es wieder. Entfernung auch bei Pokémon Go. Bislang hat Niantic die Boni immer wieder Monat für Monat verlängert. Nun stellt sich die Frage, ob zum Ende des Monats ebenfalls die ersten Änderungen eintreten oder ob die Boni nach wie vor alle aktiv bleiben. Aus Interviews mit Niantic ging bereits hervor, dass manche der Änderungen permanent seien. Okay. Und Dinge, die wie doppelte Distanz für die Interaktion mit einem Pokestop ebenfalls längerfristig erhalten bleiben sollen. Warum? Mach das doch weg. Ob jedoch die halbe Eidistanz oder die erhöhte Wirksamkeit des Rauchs beibehalten, wird es aktuell noch offen. Fazit. Nach Ende der Corona-Pandemie ist weltweit gesehen keines... Ach, ein Ende. Das Ende der Corona-Pandemie ist weltweit gesehen keineswegs in Sicht, sodass Niantic mit den weltweit ausgelegten Spielern entsprechend handeln muss. Es bleibt daher zunächst abzuwarten, ob Niantic hier eine Änderung im Pokémon Go plan, oder ob Ingress zunächst der Einzelfall bleibt. Da Ingress doch aber so beliebt ist, wäre es ja schwachsinnig, wenn die da zurückgehen und bei Pokémon Go alles lassen. Dann fühlen sich ja die Ingress-Spieler, ach, die Ingress-Spieler wieder benachteiligt. Wir gucken doch mal kurz, welche Boni also da sind und welche Boni sinnvoll wären, welche meiner Meinung nach unbedingt erhalten bleiben sollen. Zweimal Rauchwirkungszeit muss meiner Meinung nach nicht unbedingt erhalten bleiben, denn früher hat man mit dem Rauch um sich geworfen wie sonst was. Also, dass der jetzt eine Stunde statt einer halben Stunde geht, ist okay, ist korrekt, ist aber nicht zwingend notwendig. Für mich wäre es jetzt auch nicht so tragisch, wenn ich einen Stream von einer Stunde mache und packe halt zwei Rauchs rein, statt einem Rauch. Für mich wäre wichtiger, dass die Rauchwirksamkeit erhöht bleibt, auch wenn die Dauer wieder normal wird. Dass ihr trotzdem also eine halbe Stunde macht und jede Minute ein Pokémon habt, weil was bringt's? Er bleibt eine Stunde, aber ihr kriegt nur alle drei Minuten ein Pokémon. Das wäre langweilig, dann habt ihr nichts mehr davon. Also, Rauchwirksamkeit, äh, Rauchwirkungszeit finde ich jetzt nicht so wichtig, aber die Rauchwirksamkeit möchte ich bitte, dass das so, äh, beibehalten wird. Dann öffne 1,5 Mal so viele Geschenke. Finde ich auf jeden Fall genial, denn wenn man die, äh, Freundschaftsliste voll hat und man hat eben 200 Leute und man ist schon begrenzt darauf, dass man nur 100 verschicken kann. Man kann nur 20 öffnen. Das gibt immer Probleme. Es ist so cool gewesen, 30 zu öffnen, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten gehabt, was zu machen. Wie auch bei, äh, bei Rauch. Das eine muss nicht sein, das andere soll unbedingt bleiben. Finde ich's auch bei den Geschenken. Dass man 30 öffnen kann, soll bitte einfach so bleiben. Das wär auf jeden Fall richtig gut. Da profitiert jeder davon. Dass man zweimal so viele Geschenke im Beutel aufbewahren kann, finde ich jetzt wiederum nicht so überlebenswichtig. Ich mein, wenn ihr rausgeht, bis ihr erstmal 10 Stücke sammelt habt, dauert eh, bis ihr 20 habt. Dauert vielleicht auch. Manche, die sammeln und verschicken und haben gerade mal 5 im Beutel. Da ist es jetzt egal, ob die jetzt 10 oder 20 tragen können. Also, wenn sie es auf 10 zurück machen, die man gleichzeitig tragen kann, dann ist das halt so. Aber lasst doch bitte die 30 Stück, die man öffnen kann. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Lasst die Rauchwirkung, dass da mehr Pokémon kommen und lasst die 30 Geschenke. Keine Gehanforderungen für die Go-Kampf-Liga. Wie gesagt, meiner Meinung nach von Anfang an komplett sinnlos. Warum muss man laufen, um zu kämpfen? Lasst das draußen, egal ob Corona ist oder nicht. Lasst die Leute doch kämpfen. Andere, die sitzen zu Hause, ja, abends, ach, ich zocke mal noch ein bisschen, mir ist gerade danach. Ach, ich muss erst raus, ich muss erst 10 Kilometer laufen. Das ist doch Schwachsinn. Lasst die Gehanforderungen raus. Das darf auf jeden Fall nicht zurückkommen. Einhalb Schlüpft, Schlüpftdistanz, finde ich, ist auch wieder nicht so überlebensnotwendig. Denn bei vielen Events oder bei vielen Sea Days oder bei vielen sonst was gibt es das ja sowieso als Boni. Und das hat sich ja nicht addiert, dass ihr die Hälfte habt und am Sea Day wird es nochmal zur Hälfte, dass es nur ein Viertel ist. Meinetwegen, dann lauft ihr halt für ein 2 Kilometer ein 2 Kilometer, für ein 5 Kilometer ein 5 Kilometer. Wenn man normal wieder spielen soll, kann ruhig zurückkommen. Die normale Distanz, das finde ich jetzt auch nicht so überlebensnotwendig. Denn wer wirklich Eier brüten will und viel läuft, der nimmt halt die Doppelte mit. Andernfalls natürlich, wenn sie die halbe Schlüpftdistanz lassen, müssen die Leute schneller wieder Brutmaschinen kaufen und Niantic bekommen natürlich schneller wieder Geld. Dann hat es aber keinen Sinn, dass das 10 Kilometer Ei heißt, wenn es nur noch ein 5er ist. Also, wenn es nach dem Umsatz geht, müssten sie das ewig so lassen, dann müssten sie die Rauchwirkungszeit wegnehmen, dass ihr eben mehr Rauchs kaufen müsst und mehr Brüder kaufen müsst. Also das eine, das müssen sie wegnehmen, das andere müssen sie so lassen, um Umsatz zu machen. Für mich ist das mit den Schlüpftdistanzen aber wieder weniger wichtig. Trainer in Fanrates fügen erhöhten Schaden zu. Ist meiner Meinung nach auch nicht so wichtig, weil es sollte ja eigentlich der normale Bestandteil sein, dass man sich mit seiner Gruppe trifft, unterwegs ist, Raids macht und wenn jetzt jemand den leichten Weg nimmt und über einen Fanraid, weil er zu faul ist, sich zu bewegen oder weil er einfach nur irgendwo mitmischen will, dass der dann nicht so effektiv ist, wie jemand, der vor Ort ist. Das fördert ja eigentlich nur, dass Leute wirklich das Spiel normal spielen. Es ist gut, dass die Möglichkeit da ist, Leute einzuladen und Fanraids zu machen. Sollte auch unbedingt so bleiben. Das bitte nicht rausnehmen. Aber, dass die Fanraider weniger Schaden machen als normale, ist völlig okay, finde ich. Davon geht die Welt nicht unter. Die meisten Bosse schafft man eh mit zwei Leuten. Wenn ihr dazu sext in dem Fanraid drin seid, dann schafft ihr das sicherlich auch immer noch. Freunde können aus der Ferne zu einem Raid eingeladen werden. Ja. Da geht es jetzt wirklich darum, normalerweise also, wenn ihr an der Arena steht und den Raid macht und Leute einladet, ist das das eine. Wenn ihr aber selbst einen Fanraid macht und dann Leute einladet, oder? Weil es ja unklar war, ob man mit einem Fanraid Pass auch Leute einladen kann oder nur mit einem normalen. Wäre für mich auch jetzt wieder nicht so überlebensnotwendig, denn wenn ich einen Raid mache, stehe ich eh an der Arena und lade dann Leute ein. Hauptsache das geht. Ich mache so selten mit einem Fanraid passenden Raid und lade Leute ein. Eigentlich so gut wie nie. Das bräuchte ich jetzt nicht. Wer wirklich Bock hat zu raiden, der läuft halt mal zur Arena hin und lädt dann seine fünf Leute ein. Ist einfach viel vernünftiger. Das ist also auch nicht so wichtig. Das muss nicht unbedingt drin bleiben. Mehr Trainer, die aus der Ferne kämpfen, sind in Raids erlaubt. Das wiederum sollte so bleiben. Denn, äh, ja, ihr macht eine Lobby auf mit zwei Accounts und ihr könnt nur fünf einladen. Ist vielleicht trotzdem für manche zu wenig oder ihr habt nicht die Möglichkeit, viele Leute mitzunehmen. Es melden sich aber 20 Leute, die gern mitmischen wollen und ihr habt dann die Möglichkeit, fünf mit dem Account einzuladen, fünf mit dem, dass ihr euch alle zusammen trefft. Ist ja kein Nachteil da. Wir machen alle zusammen den Raid und alle geben Pässe aus. Also für Niantic ist das ja auch wieder gut. Wenn nur fünf eingeladen werden, dann können nur fünf ihren Pass verbrauchen und dann müssen auch nur fünf wieder nachkaufen. Wenn zehn Leute eingeladen werden und zehn Pässe sind weg, dann müssen zehn Leute wieder Pässe kaufen, um weiter mitzumachen. Also für Niantic wäre es natürlich sinnvoll, das auch, äh, nicht einzugrenzen, sondern dass alle mitmischen können, bis die Lobby voll ist. Wie sieht es bei euch aber aus? Was sagt ihr dazu? Welche Boni findet ihr wichtig? Welche Boni sind euch komplett egal? Bei mir, wie gesagt, die Rauchwirkungszeit ist egal, aber die Rauchwirksamkeit ist auf jeden Fall wichtig, muss bleiben. Geschenke öffnen, muss bleiben. Geschenke im Beutel, ist egal. Geh, Anforderung für die Go-Kampf-Liga, braucht kein Mensch, soll bitte wegbleiben. Schlüpfdistanz, können sie wieder normal machen. Äh, Schaden zufügen in Fan-Rates, muss nicht sein, ist es halt ein bisschen weniger. Äh, aus Fan-Rates einladen, nochmal andere Fan-Raider, muss auch nicht sein, dann macht halt einer normal da und möglichst viele Leute in die Lobby reinquetschen, das ist aber auf jeden Fall auch wieder cool. Schreibt ihr mal rein, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr denkt, dass etliche Sachen entfernt werden und welche Sachen entfernt werden. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer immer noch nicht einkaufender Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.